Klar bringt er aus meiner Sicht sehr, sehr viel mit, um nachher auch derjenige zu sein. Und trotzdem werde ich diese Entscheidung nicht treffen. Das wird der Julian machen mit seinem Team. Aber ich traue es ihm zu 100 Prozent zu, da jetzt eine sehr gute Rolle zu spielen. Er hat ein sehr, sehr gutes Torwartspiel, hat eine sehr gute Präsenz, auch in der Raumverteidigung. Und er hat eine Riesenstärke, er kann einfach Fußball spielen. Und ich glaube, das ist gewollt, auch in der Nationalmannschaft dort auch Unterdruck Lösungen zu finden. Natürlich auch von meiner Seite dramatisch und total bitter für Marc-André Ter Stegen, dem man es jetzt einfach gewünscht hätte, muss man ganz klar so sagen, dort die Nummer eins zu sein.